Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Leute, die zweite Single vom lieben Slavik ist rausgekommen heute und ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Die erste Single, ja, als wenn es gestern war, extrem, extrem stark, extrem positiv überrascht gewesen. Dafür, dass es das erste Mal war, was ich von ihm gehört habe. Er hat ja früher schon ein bisschen Mucke gemacht, ein paar Songs irgendwie. Aber so als erste richtige Single, extrem stark, muss ich sagen, ja. Jetzt haben wir die zweite Single, nicht allein und, äh, so nicht, Leute, erst einmal, ja. Das Ganze ist produziert von Blue Cry. Blue Cry werden wahrscheinlich viele kennen, hat sehr, sehr viel unter anderem für Apache produziert. Ähm, und unter anderem Roller, deswegen werden wahrscheinlich viele den Producer-Tag im Kopf schon das ein oder andere Mal gehört haben, ja. Jetzt haben wir nicht allein, ähm, auch wieder nicht allzu lang der Song, auch recht kurz. Ähm, ich werde euch auf jeden Fall, ganz wichtig, das Original ganz oben verlinken. Gönslawik, Support, lasst Liebe da und, äh, Feedback nochmal für den zweiten, für die zweite Single. Deswegen, ähm, ich möchte ganz kurz schauen, Mix im Wasser von Suenna, eine Minuka-Video-Production, sagt mir nichts, aber hört sich auf jeden Fall alles hier, ähm, recht professional an. Auf jeden Fall mit Blue Cry, auch als Post-Production, okay. Fett. Freunde, ich bin gespannt, ich würde sagen, wir hören rein. Das erste, die erste Single war ja wirklich stark, war wirklich, wirklich strong, muss man sagen, ja. Da muss man auch mal Props geben. Ich werde euch das Video mal zu, zu der ersten Single hier oben reinpacken, in die Infokarte. Meine Rack schon da rauf. Ich lauf heute durch den Regen, ich weiß, morgen scheint die Sonne. Nur ich und Mama haben gewusst, wie weit ich komme. Boah, jetzt schon, jetzt schon ein Like wert, Digga. Jetzt schon ein Daumen nach oben wert, einfach für diese Zeile. Und für die Tortellini, Leute, nicht vergessen. Ich weiß, morgen scheint die Sonne. Nur ich und Mama haben gewusst, wie weit ich komme. Boah. Winterkirgistan, was erwartet uns in Deutschland? Bist Mama stolz oder am Ende nur enttäuscht, Mann? Schauspielschule, abbezahlen und wir hatten nichts. Nur mit leerem Magen, gutem Bauch und der Hass im Blick. Von Brüdern abgerippt, nur auf Feinde ist Verlass. Ohne Perspektive, Blatt und alleine in der Stadt. Von Brüdern abgerippt, nur auf Feinde ist Verlass. Steck viel Wahrheit dran. Nur auf Feinde ist Verlass. Real Talk. Von Brüdern abgerippt, nur auf Feinde ist Verlass. Ohne Perspektive, Blatt und alleine in der Stadt. Boah, die Stimme. Internet eine eigene Welt gebaut, gaben uns Selbstapplaus, gut für das Selbstvertrauen wurde erkannt. Doch hätte damals mehr das Geld gebraucht. Heute nehmen die Selfies auf, während ich Elpis kaufe. Moment. Keine Sorge, du bist nicht allein. Egal was kommt, wir sind zu zweit. Du brauchst nicht zu weit. Nipidische Wein. Gänsehaut. Holy shit, man. Wie er darüber erzählt hat, dass er sich eine eigene Welt aufgebaut hat, sich selbst hochgepusht hat. Sie haben sich selbst hochgepusht fürs Selbstvertrauen, weil es sonst keiner gemacht hat. Einfach damit sie am Ball bleiben. Und es hat angefangen damit, dass Leute sie erkannt haben auf der Straße, aber sie hatten eher das Geld gebraucht, als den Fame halt. Sie wollten eher, sie brauchten Geld, um zu überleben. Und jetzt, jetzt wird er erkannt werden, dass sich eine neue AP holt, Alter. Heftig. Heftig. Boah, da habe ich meinen größten Respekt einfach vor. Von, 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 von 0 auf 100, sage ich mal in Abführungsstrichen, ja. Von nichts, von ganz unten nach oben gearbeitet. Da habe ich meinen größten Respekt einfach. Meinen größten Respekt an Slavik. Boah. Zehnte Klasse, APC. Was da? Heute Leder, Sitz, G-Klasse, AMG. Mit denselben Jungs am Block, aber nicht mehr mit Straßenbahn. Von Werte bis zum Gaspedal, alles abbezahlt. Ja, Mann. Ich weiß, jeder Tag kann der letzte sein. Egal ob wegen dem Skandal oder Stecherei. Ja, deswegen, Brat, anlebe. Der Beat ist auch eine 1 plus für die Atmosphäre, muss man auch mal sagen. Der Beat ist heavy. Egal ob wegen dem Skandal oder Stecherei. Ja, deswegen, Brat, anlebe ich die Momenten. Iki Breslau, der Dresscode, wir gehen hier auf Zement. Ja, Breslau. Mama, nipidische Weih. Mann. Keine Sorge, du bist nicht allein. Egal was kommt. Das Piano jetzt. Du brauchst nicht zu weit. Nipidische Weih. Mama, nipidische Weih. Keine Sorge, du bist nicht allein. Heftig. Egal was kommt. Wir sind zu zweit. Du brauchst nicht zu weit. Nipidische Weih. Boah, der Beat, Alter. Gönnt euch den. Gönnt euch den. Auch schöne Aufnahmen einfach. Schöne, ehrliche Aufnahmen. Sehr, sehr schöne, ehrliche Aufnahmen. Boah. Wirklich Gänsehaut, man. Holy Shit, Slavik, Alter. Freunde, willkommen zum kleinen, großen Mini-Fazit, ja. Ähm, heftig. Ich weiß nicht, ob ich... Ich möchte jetzt nicht vergleichen mit dem ersten Track so. Aber vom Feeling her auf jeden Fall wieder krass. Gänsehaut-Feeling spätestens, als er davon erzählt hat, wie es früher war und wie es jetzt ist, so. Gänsehaut, man. Bei dieser Story einfach. Mittlerweile, man sieht Slavik in ganz Deutschland, Real Talk, in ganz Deutschland auf diesen, äh, Plakattafeln drauf. Ähm, wegen, ähm, seiner Serie, ja. Auf Staatsnacken kann ich sehr empfehlen, tatsächlich. Ähm, heftig. Ich bin einfach... Ich bin einfach... Äh, es ist... Es macht mich stolz und es macht mich glücklich zu sehen, was er erreicht hat. So. Heftig, man. Auch der Song wieder eine 1 plus gewesen, finde ich, von der Atmosphäre her. Ja, das kann Slavik echt gut, man. Auch als wenn es gestern war, von der Atmosphäre her. Heftige Songs. Beide, bei beiden jetzt, hab ich ins und Gänsehaut bekommen. Der Beat diesmal von Luke Wright, den fand ich schöner als, äh, beim letzten Mal. Den fand ich sehr, sehr gut, Alter. Gerade zum Ende hin, wo man ein bisschen lauter wurde. Sehr nice. Ähm, und textlich einfach stark, man. Textlich sehr, sehr stark. Hat mich tatsächlich textlich ein bisschen erinnert an die Anfangstracks von Samra. Als Samra noch mehr Realtor gebracht hat. Als Samra noch mehr gefühlt Samra war. Wisst ihr, wie ich mein? Erinnert mich so ein bisschen an Slavik gerade. Oder Slavik halt an Samras, äh, frühere Texte so ein bisschen. Weiß ich nicht. Aber sehr, sehr nice, Mann. Sehr, sehr nice. Also, ich bin gespannt auf mehr. Ich hoffe, es kommt bald ein neuer Track, Alter. Weil die kann ich mir sehr, sehr gut geben. Hier war das Gute, dass das nicht so nervig war. Weil beim ersten Track war, als wenn es gestern war ein bisschen oft gegen Ende. War ein bisschen oft einfach nur, als wenn es gestern war. War hier ein bisschen besser gelöst. Mit mehr Text. Sehr, sehr schön, Alter. Meine größten Props an dich, Slavik, Bruder. Zieh weiter durch. Ich bin gespannt auf die weiteren Sachen. Auch schauspieltechnisch, ähm, hab ich gesehen. Bei, äh, bei, bei irgendeinem Til Schweiger oder Eliasen Barik-Film oder so. Slavik auch dabei, Digga. Hab ich letztens im Kino einfach gesehen. Ich bin im Kino. Werbung kommt. Auf einmal Slavik da zu sehen. Krass. Krasse Zeiten, Mann. Freut mich viel. Freunde. Kennen das originale Video nochmal. Und, äh, checkt da nochmal ein bisschen, äh, die Kommentarredaktion ab. Lass nochmal ein bisschen Daumen nach oben, damit es in die Trends kommt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt natürlich fresh. So wie immer. Und, ciao.